Leute, ich muss euch von einem der absolut schlechtesten Bücher, die ich je gelesen habe, erzählen. Ich kann nicht glauben, dass ich Geld dafür ausgegeben habe. Ich ärgere mich noch heute dafür. Ich habe es mir auf Empfehlung eines Freundes gekauft, der in den höchsten Tönen davon geschwärmt hat. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Euch jedenfalls erzähle ich davon, um euch zu warnen. Lasst die Finger davon. Normalerweise sage ich jungen Leuten immer, Ja, lest wenigstens irgendetwas, als gar nichts zu lesen. Aber für dieses Buch mache ich eine Ausnahme. Lest lieber nichts, als das Gequatsche dieses Quacksalbers, meine Freunde. Ah, heilige Maria. Wirklich, ich ärgere mich immer noch darüber. Die Rede ist von Rich Dad, Poor Dad. Ein Buch, das als der heilige Gral der Finanzliteratur angepriesen wird. Man glaubt wirklich, dass ein Buch, das sich millionenfach verkauft hat, nicht schlecht sein kann. Aber weit gefehlt, Leute. Es schmerzt wirklich. Wie konnte ich so blöd sein? Aber was soll's? Aus Fehlern lernt man, ihr wisst. Ich suche mir die Leseliste für meine Bücher immer sorgsam aus. Aber egal, wie aufmerksam man vorgeht, man kann nicht vermeiden, dass man auf Fehltritte stößt. Und dieses Buch ist ein solcher Fehltritt. Ich wünschte, ich hätte es nicht gelesen. Ich sage euch die Wahrheit, Leute. Selbst wenn ihr mit verbundenen Augen irgendein Buch aus der Finanzsektion gewählt hättet, ich bin sicher, ihr hättet ein besseres Buch als dieses hier gewählt. Unfassbar. Worum geht es hier? Um Finanzen? Ja. Wie stellt uns Robert Kiyosaki, der Autor dieses Buches, dieses Thema vor? Und was verspricht er vor allem? Er verspricht uns, finanzielle Intelligenz zu entwickeln. Wie vermittelt er dieses Wissen? Ganz einfach. Er stellt ein Konzept auf, das so künstlich und abgedroschen wirkt, dass man geneigt ist zu denken, weiß der Typ eigentlich, was er da von sich gibt? Er erzählt uns, dass er zwei Väter gehabt hat. Einen armen Vater und einen reichen Vater. Von dem armen Vater bekommt er Lektionen, die ihm im Leben nichts bringen. Und vom reichen Vater bekommt er auf unorthodoxe Art und Weise ein paar Lektionen mitgeteilt, die seine finanzielle Intelligenz fördern. Ein Wort, das er übrigens sehr, sehr oft benutzt, finanzielle Intelligenz. So, was lernen wir denn daraus? Nicht viel, meine Freunde. 300 Seiten hat dieses Buch. Und man bekommt am laufenden Band Lektionen. Aber diese Lektionen sind so substanzlos, so leer, dass man sich fragt, ja, mein Freund, wann kommt denn jetzt das Wissen, das du so angekündigt hast mit Pauken und Trompeten? Und wo ist dieses Wissen? Wo bekomme ich endlich mal handfeste Schritte, die ich systematisch abarbeiten kann, die ich systematisch anwenden kann? Und die Antwort ist nirgendwo. Man bekommt ein paar Binsenweisheiten mit auf den Weg. Weisheiten, die jeder mitbekommen hat, die jeder, der nicht auf dem Mond lebt, schon irgendwo mal gehört hat. Und das war's, Leute. Das ist alles. Das ist die Verpackung dieses Buches. Viel Verpackung, wenig Inhalt. Und, Leute, Robert Kiyosaki ist jemand, der es versteht, gebetsartig seine Lehrsätze zu wiederholen, seine Lehrsätze. Und er hofft darauf, den Leser so zu motivieren. Aber, wie gesagt, er vergisst dabei das Wesentliche, ihm Schritte an die Hand zu geben, die er in Taten umwandeln kann. So. Es wäre von Vorteil, sich vielleicht mal anzugucken, wie der Lebenslauf von Robert Kiyosaki ist, Leute. Er war bei der Marine und hat in seinen 30er Jahren unternehmerische Versuche gemacht, die allesamt gescheitert sind. Und danach hat er tatsächlich die Dreistigkeit besessen, sich für jemanden zu halten, der würdig ist, ein Buch über Finanzen zu schreiben. Sehr, sehr selbstbewusste Einstellung. Das Problem allerdings ist, Worte und Erfahrung sind bedeutungslos. Man merkt wirklich, wirklich, wirklich auf allen Seiten, dass dieser Mensch ein und dasselbe Thema auszuschmücken versucht mit leeren Phrasen. Die Seiten bestehen aus so vielen Wörtern, aber sie sagen wirklich gar nichts, Leute. Es ist so, als drehen wir uns im Kreis. Er hat ein, zwei Lehrsätze, die auch gut sind, ja, aber die eben nicht mehr sind. Leersätze. Ein Lehrsatz ohne praktische Anwendungshilfe ist sinnlos, Leute. Ich erzähle euch mal von den guten Ratstäben, die er einem gibt. Er sagt, Reiche arbeiten nicht fürs Geld, sie lassen ihr Geld dafür arbeiten. Sehr guter Spruch, da stimme ich voll und ganz zu. Aber das Problem ist auch hier wieder, er zeigt uns nicht wirklich, wie es geht, Leute. Das nächste, was er sagt, ist, damit man zu Geld kommt, sollte man unbedingt anfangen, nicht zu sparen, sondern das Geld in Werte zu investieren, die dein Vermögen vermehren. Das heißt, in Vermögenswerte. Und das preist er auch sehr, sehr oft an. Er sagt, investier lieber dein Geld in Vermögenswerte, als es in Verbindlichkeiten zu investieren. Also Dinge, die Geld aus deiner Tasche rausziehen. Investier dein Geld lieber in Dinge, die Geld in deine Tasche reinbringen. Auch das wiederholt er auf 300 Seiten wirklich sehr, sehr oft. Und im Grunde war es das auch schon. Das, was ich gerade gesagt habe, ist im Grunde der Inhalt dieses Buches auf 300 Seiten ausgebreitet. Heilige Maria, Mutter Gottes, ich kann es nicht glauben. Und das Verrückte dabei ist, immer wieder erstaunt es mich, wie leer diese Worte wirklich sind, Leute. Er versucht dem Leser nicht nur diese Binsen-Weisheiten aufzudrücken, er versucht ihm auch zu sagen, wie seine innere Einstellung sein sollte dabei, ohne auch dabei Hinweise zu liefern, wie das alles gemacht werden soll. Er sagt einem, ja, wenn du richtig investieren möchtest, brauchst du großes Selbstbewusstsein, hab keine Angst, Fehler zu machen, sonst wirst du enden wie diese Menschen, die 9 to 5 arbeiten und aus ihrem Leben nichts gemacht haben und bla bla bla. Ja Bruder, okay, sag mir, wie ich Selbstbewusstsein entwickle, wie ich selbstbewusst investiere. Die Antwort ist ganz einfach. Selbstbewusst investieren lernt man, wenn man selbstsicher ist und weiß, was man da tut. Und zu wissen, was man tut, das lernt man nur, indem man wirklich handfeste Argumente dafür hat, handfeste Prinzipien, indem man kurz gesagt etwas Handfestes lernt. Aber auch das kann er uns in seinem Buch nicht beibringen, meine Freunde. Der einzige Mensch, der wirklich Geld verdient hat durch sein Buch, ist er selber. Aber es hört auch dabei nicht auf, Leute. Das Problem ist, er gibt auch Seminare, wo er sein Wissen weitergibt und anderen Leuten versucht, was beizubringen. Und dafür verlangt er oft astronomische Summen, Leute. Es gibt mehrere Etappen seiner Kurse und die letzte Etappe kostet knapp 50.000 Dollar. Ja, ihr habt richtig gehört. Die erste Etappe kostet ungefähr 500 Dollar, die letzte Etappe ungefähr 50.000 Dollar. So. Was kann ein Mensch mir beibringen für 50.000 Dollar, der es nicht schafft, vernünftige Sätze zu formulieren, die wirklich gebetsmühlenartig runtergerattert werden ohne Inhalte, Leute? Ich dachte zuerst, ich habe auch einige Kritiken gehört von Vorrednern, die gesagt haben, lest es unbedingt auf Englisch, auf Deutsch kommt die Schönheit der Sprache nicht zum Vorschein. Ich habe es mir auf Englisch geholt und habe auch das bereut, Leute. Es ist einfach absurd. Ich denke, das ist alles, was ich euch sagen wollte, Leute. Lasst die Finger davon. Greift wirklich zu irgendeinem anderen finanziellen Buch. Think and Grow Rich ist besser. Sogar die Scheiße von Bodo Schäfer ist besser. Bodo Schäfer ist genauso ein Quacksalver, aber sogar sein Buch ist besser, denn dort gibt es wenigstens interessante Anekdoten und andere Bücherempfehlungen. Aber Robert Kiyosaki empfiehlt hier nur seine eigenen Bücher, die, genauer gesagt, irre für uns sind und eher schädlich als hilfreich. Also, Leute, lasst die Finger davon. Übrigens hier zeigt er uns immer wieder dieselben Diagramme, Leute. Immer, immer wieder das gleiche Diagramm umformuliert, paraphrasiert. Immer wieder seine Binsenweisheiten aufgezeigt. Finger weg davon, Leute. Tut mir leid, ich bin wirklich verärgert, Leute. Lasst die Finger davon. Schreibt mir gerne, welche Bücher ihr noch von mir rezensiert haben wollt. Ich kümmere mich darum. Und ich wünsche euch viel Glück. Aber nicht mit diesem Buch auf eurem Weg. Bis bald. Bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal.